Ungeheuer guten Tag mit euch und willkommen zu einer Runde des Survival Games in Road to Varro mit German Let's Play und es geht auch direkt los und ich habe den Start verkackt. So, den bekomme ich, den bekomme ich. Gut gemacht. Oh, der hatte, oh. Kommen wir hier in die Höhle rein und dann können wir jetzt ausrüsten. Warte hier, ich gebe dir was. Komm mit, komm mit erst, hier rein. Oh, in die dunkle Höhle. Das ist immer schön romantisch. Ach übrigens, ich habe ein neues Text-Effect drin, gerade wie ich probiere momentan jeden Tag, versuche ich andere Text-Effect auszuprobieren. Okay, der hat schon tot. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt erstmal ausrüsten ganz schnell. Nein, nein, da kommt einer, da kommt einer. Ja gut, ich habe ihn schon zweimal getroffen. Er ist down, Vorsicht, da kommt auch einer, glaube ich. Da, das... Nein, du brennst. Bleib zurück, bleib zurück, bleib zurück, t, 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 t. Mir geht's gut, mir geht's noch gut. Egal, zurück, 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 zurück. Riesen habe ich. Oh, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich bin hier geduckt in... Ich booste dich. Hab ich einen feinen Bogen? Warte, ich will erstmal einen feinen Bogen ausprobieren. So. Alter, ich bin der Boost-Pro. Boah, ich habe ihn dreimal getroffen. Alter, viermal getroffen. Fünfmal getroffen. Fünfmal getroffen. Fünfmal getroffen. Ich boosste. Junge, ich treffe mit dem Bogen so gut. Ich treffe mir der andere so gut. Warte kurz, warte kurz, den Bäumen oder so. Ja, da ist auch. Ja. Da ist auch. Alter. Hä? Junge. Da war noch einer. Das ist der, glaube ich, ne? Warte. Ich habe gerade ein Ding ins Gold. Wir haben gerade irgendwen getötet. Ich habe 200 Punkte erhalten. Junge. Junge. Da waren zwei drin. Junge. Oh, nice. Nice. Da waren es zwei in diesem Baum? Oh, ich habe was schwer. Manu. Hey, das bin ich. Ja, okay. Ich habe das hier für dich. Oh, Mann. Das wäre so cool, wenn das bei Waro passieren würde. Der Beste. Ja, wir gehen auf den mit den wenigen Rüstungen. Ah, ich bin im Wasser. Er ist tot, oder? Er ist tot. Aber renn weg. Renn weg. Mir geht es gut. Mir geht es noch gut. Er ist tot. Er hat sich gehealt. Lol. Er hat im letzten Moment seines Lebens noch einen Trank geworfen. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ich werde ihn einetzen. Ah, hat geklappt. Guck mal, wie er eingeletzt war. Perfekt. Jetzt darfst du nochmal auf die Schulter klopfen. Äh. Ja, danke, danke. Er rennt. Good luck. Er will zu dir. Ne, ne. Er weiß, dass ich mich raushalte. Okay. Das war locker easy. So, das kann ins Auge gehen. So Pfeile sind scharf. Meinst du nicht renn da rein, oder wat? Ne, das glaube ich nicht. Wenn du das machst. Nein, ich bin voll behindert im Kreis gelaufen. Und ich renne weg und bin tot. Ja. Nur plan to play. Hey. Hext du? Du hast... Ach man, Sima, mach das doch aus. Mach den soll ich ausmachen, den Aimbot. Ich dachte an. Ich bin tot, ich bin tot. Ich dachte an. Ne, ne. Ach, nicht an. Halt rank. Unfair. Ist nicht unfair. Ich glaube, ich habe auch gar nicht getroffen. Kann das sein? Also es hat irgendwie überhaupt nichts gebracht. Nein. Ja. Wie viel Leben hat das noch? Viereinhalb. Viereinhalb noch. Okay. Ach man. Zu dir. Hallo. Oh. Oh, der Bogen. Oh. Das war gut. Wie viel hast du noch? Der Fall war richtig gut. Der Fall war perfekt. Wie viel Leben hast du noch? Halbes Herz. Halbes Herz? Alter. Wow. Das war... Alter. Genau. Hä? Was? Ich darf sie nicht spammen? Warum darf ich denn nicht spammen? Ja, du wirst jetzt schon sehen, was ich spammel. Meine Faust in dein Gesicht. Nein, machst du nicht. Werde ich dich benebeln. Puh. Und bist du... Bist du blind? Ja. Perfekt getroffen. Was bist du für eine Missgeburt? Perfekt getroffen. Ganz im Ernst. Ach nee. Oh nein. Oh Gott. Du bist aber vor mir tot. Ich bin mit hinterher gesprungen. Manu? Hoffentlich stirbst du. Oh. Wir leben beide noch. Stimmt. Oh Gott. Jetzt bin ich so dumm gewesen. Weil ich dachte, da wäre Wasser und die Box den Rest tot. Aber dann... Wasser... Dann war es gar kein Wasser. Dann war es gar kein Wasser. Sondern es war immer annuell neuer. Scheiße. Na, danke. Danke. Es gibt keinen Fallschaden, ne? Ja. Ja. Gut. Das ist gut, dass du es sagst. Da war es noch jung. Hä! 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 Was? Wo, wie, wo kommst du denn? Und jetzt fällt her! Nein! Ich hab dich nicht einmal getroffen! Ten-hearted würde ich sagen. Da bist du! Hä? Hä! war eine schnelle runde du hast keine waffe gehabt doch doch aber zu spät erst da wo ich stehen geblieben bin wo du mir jetzt geglaubt hätte dass ich vier schwerter gefunden habe ja habe ich dir geglaubt und das war dein verrat das war dein verrat das war dein fahrrad was für ein fahrrad warum hat achmet kein schachbrett weil Arafat kein fahrrad hat vom beruf ok ok cool finde ich auch schon mal mein berufswunsch da bist du ja ich habe kein schwert geh weg ich habe auch kein schwert oh man ich hatte drei schwerter ja das war knapp da probiert er mich zu töten und ich dachte wir werden ich dachte wir werden waren freunde nein sind wir nicht ich bin so enttäuscht von dir wie noch nie zuvor nein hat mich hat mich ja doch noch geht um an und wieder ja was also sehr gut was ist das denn ist das ein ungeheuer guten tag wünsche ich euch ja ja bisschen alles wieder ok du hast dich selbst in so einem lavading eingebaut das schneide ich raus vor allem weil du ein bisschen leckst du hörst jetzt noch schlimmer an ja was bin ich ja ich lehre alter ich kann dir nicht hinten bei dir kommen nur sterne bei dir kommen einfach nur sterne du bist bei mir auch woanders oh man wenn das in Varo passiert manu ey du bist richtig kacke warum leckst du denn soo guck dir das mal an er steht bei mir ja luft ich bin direkt tot ne ich hätt ich einfach jetzt töten können hä bei mir bist du auf der anderen seite der welt ja bei mir meine lava war nur feldlava ok ich rette die liane ich rette sie liani hey du greifst dich an obwohl ich die liane nur retten will verstehe das nicht sonnenmonster bin ich ja ja ich verstehe es nicht aber jetzt habe ich sie gerettet 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 fahrradkette gerettet gerettet fahrradkette oh ich hab mein gott auf egal ich gehst nicht essen wollte oh nein 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 oh man ja genau trifft er mich in der luft als wäre er jesus jetzt willst du es auf die harte tue aber hallo ja will ich richtig geil richtig geil auf die harte bitte oh oh alter hat er mich gelegt ich bin tot alter das war dein letztes oh bei ungefilmt oder bei der nächsten folge oder bei manu hahaha